Darauf haben wir alle SoFi-Aktionäre gewartet. SoFi sollte endlich im letzten Quartal profitabel werden. Und das wurden wir dann auch. Wir haben endlich eine Netto-Profitabilität erreicht. Wir hatten davor auch schon positiven Cashflow und waren gewissermaßen rentabel. Aber diese Netto-Profitabilität, die hat noch SoFi gefehlt. Die wurde jetzt erzielt durch die letzten Quartalszahlen. Und ihr seht auch schon hier, auch die Analystenerwartungen wurden deutlich geschlagen. Es gab danach auch einen ordentlichen Kurssprung von über 20% an einem Tag. Aber, und ihr merkt schon, mein Video ist ein bisschen verspätet gekommen. Wieso? Nun, ich habe eigentlich fast genau darauf gewartet, bevor ich ein Video poste. Nämlich den Abverkauf der SoFi-Aktie. Also nach den letzten Quartalszahlen, die wieder mega stark waren, haben wir diesmal es geschafft, in weniger als einer Woche die gesamten Gewinne wieder abzugeben. Ich möchte mit euch ein bisschen reden, warum. Warum passiert sowas bei SoFi? Zumindest meine Erklärung dafür. Und was mache ich jetzt weiterhin mit der Aktie? Ja, schmeiße ich das Handtuch? Oder wie gehe ich weiter vor? Denn man muss dazu sagen, wir Aktionäre von SoFi, wir sind das ja schon so ein bisschen gewohnt. Es gibt so gut wie jedes Quartal, gibt es mega starke Zahlen. Erwartungen werden geschlagen, die eigenen Vorgaben werden geschlagen, der eigene Vorkast wird geschlagen, die Analystenerwartungen werden geschlagen. Es gibt super Zahlen, gute Entwicklungen. Die Aktie springt nach oben, wie zum Beispiel auch hier. Und dann wird sie innerhalb von kurzer Zeit wieder abverkauft. Warum ist das so? Das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir uns tiefer ins Detail gehen, nochmal der wichtige Hinweis. Ihr könnt euch aktuell 25 Euro plus eine Gratis-Aktie sichern. Folgt dazu dem ersten Link unter dem Video und nehmt einfach dieses Cash mit. Investiert das idealerweise natürlich in irgendeine Aktie. Ihr müsst dazu einfach nur beim Zero-Broker ein Depot eröffnen, ein bisschen das Depot austesten. Dann bekommt ihr 25 Euro plus eine Gratis-Aktie. Und im Februar, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr an meiner Aktion teilnehmen, wo ich unter allen meinen Zuschauern und Kommentatoren, die unter einem Video kommentieren, einfach dreimal 500 Euro verlose. Und die Aktion gibt es ja auch noch, aber folgt einfach dem ersten Link unter dem Video und lasst euch berauschen und beschenken und nehmt dann all diesen Gewinnspielen mit. So, jetzt blicken wir mal rüber, warum passiert so was? Ja, oder beziehungsweise zunächst einmal, was hat denn SoFi für so großartige Zahlen abgeliefert? Wir blicken hierzu einfach mal in den letzten Geschäftsbericht und zumindest alle SoFi-Aktionäre haben ihn, denke ich, mal gelesen oder sich ein bisschen informiert. Was wir hier sehen können, ist, dass SoFi weiterhin ein sehr starkes Mitgliederwachstum ist. Ja, wir können mal hier sehen, in den letzten Jahren konnten wir immer das Ganze immer peu a peu weiter steigern in absoluten Zahlen und wir haben jetzt immer hier so im Schnitt immer irgendwo jedes Quartal so mindestens 500.000 neue Mitglieder. Ja, es war zu erwarten, dass im Q4 die Anzahl nicht mehr ganz so hoch wird wie im Q3, weil wir einfach auch diese Netto-Profitabilität sehen wollten und deswegen vielleicht auch ein bisschen Marketingausgaben zurückgefahren wurden, damit diese Netto-Profitabilität erreicht wird. Auch, was für SoFi immer sehr wichtig ist, ja nicht nur, dass die Mitgliederzahlen wachsen, weil man kann hier auch Kartellleichen bekommen, sondern noch wichtiger ist im Endeffekt, dass die Produktanzahl mitwächst, ja, idealerweise noch stärker wächst als die Mitgliederzahlen, also die tatsächlichen Produkte, Girokonten, Tagesgeldkonten und Kreditkarten. SoFi hat ja eine riesige Palette an Angeboten im Finanzbereich, die jetzt hier entsprechend wahrgenommen werden sollen, damit eben dieses Flying Wheel entsteht. Aber das habe ich ja schon mal in meinem Grundanalyse-Video schon vor einigen Monaten gemacht. Wichtig ist hier auch, wir haben ja zum Beispiel gesehen, ja, das Wachstum hier 41% ist leichter geworden, aber hier gab es ja auch so ein Sondersachverhalt. SoFi wurde von den Banken-Regularien vorgeschrieben, wenn es eine Banklizenz bekommt, darf es eben die Kryptowährungen nicht weiter in dem Maße anbieten, wie es man vorher als Fintech-Unternehmen anbieten konnte. Das hat man gemacht, deswegen musste man hier so ein paar einmalig mal so ein paar Produkte rausstreichen. Dennoch, die Entwicklung hier in den Mitgliederzahlen enorm stark, Produktanstieg auch enorm stark und wir sehen auch hier bei Galileo, also dem Fintech-Arm, der dann andere Fintech-Unternehmen betreut in dieser Hinsicht, sehen wir ebenfalls einen sehr schönen Anstieg. Hier, das wird vielleicht so mal ein Einschlüssel für das Jahr 2024. Hier wird es wichtig sein, dass Galileo und die Tech-Plattform noch viel stärker ins Wachstum reinkommt, aber das schauen wir uns gleich noch mal in den Zahlen genauer an. Also hier Kredite, die man vergeben hat, schönes Wachstum und hier noch schöner, ja, Financial Services. Im Endeffekt, das ist hier alles, wie zum Beispiel Investieren, Kreditkarten, Tagesgeldkonten, Girokonten und so weiter und so fort, findet ihr hier auch ein sehr starker Anstieg. Also grundsätzlich kann man hier, wenn man auf die Zahlen blickt, also zumindest diese Zahlen blickt, kann man sagen, sehr schönes Wachstum. Jetzt weiß ich, jetzt kommen eher dann so die Analytiker und sagen, ja, ich will aber die Zahlen, ja, gib mir die harten Zahlen, Umsatz, Ertrag und so weiter. Lass uns doch das anschauen. Das können wir hier auch gerne machen. Auch hier wieder Umsatzanstieg, die letzten Quartale, die letzten Jahre, meiner Ansicht nach sehr stark und auch hier Adjusted EBITDA. Darüber reden wir auch mal ganz kurz. Adjusted EBITDA, auch wieder sehr starker Anstieg und ich weiß, Adjusted EBITDA, Bullshit Earnings sozusagen, kann man austauschen, aber hier eben ganz wichtig, wir blicken einfach mal rüber, SoFi ist jetzt netto profitabel. Also das sehen wir hier Earnings. Man hat jetzt 2 Cent pro Aktie verdient. Das ist auch mehr, als die Analysten von SoFi erwartet haben und deswegen gab es eben diesen Kurssprung. Also wir sind jetzt auch unterm Strich nicht nur mit Bullshit Earnings, sozusagen im Positiven. Nein, auch netto unterm Strich sind wir grün bei SoFi. Und wenn wir weiter blicken, dann ist es ja nicht das Einzige. Denn was wir bei SoFi immer wieder feststellen, ist ja die Guidance, die ausgegeben wird von dem Unternehmen, also der Ausblick für das folgende Jahr oder für das folgende Quartal, wird immer sehr, sehr konservativ von SoFi geschätzt. Das heißt, man geht sehr, sehr vorsichtig an die Zahlen ran. Dann kommt das nächste Quartal und dann sagt man, ja, wir waren besser. Wir haben unsere eigenen Vorgaben geschlagen und wir erhöhen für das restliche Jahr unseren Ausblick. Das hat SoFi jetzt im letzten Mal, im letzten Jahr, jedes Quartal gemacht. Das heißt, man hat seine eigenen Erwartungen, sein eigenes Ziel geschlagen und hat dann entsprechend aufgrund dieses Schlagens sein Ziel erhöht. Im nächsten Quartal hat man es wieder geschlagen und so weiter und so fort. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Zahlen von SoFi eigentlich seht, zumindest basierend auf der letzten Historie, ist es eher so, dass sie sehr konservativ reingehen und eher ein bisschen zu niedrig die Zahlen herannehmen. Wichtig wird es jetzt, wenn wir vor allem mal das ganze Geschäftsjahr 2024 anschauen, also dieses Jahr. Was sagt denn SoFi für dieses Jahr? SoFi sagt für dieses Jahr, ja, wir werden jetzt ein Earnings Pro Share von irgendwo 7 bis 8 Cent generieren können. Also Netto-Profitabilität haben wir jetzt, ja, 2 Cent in diesem Quartal und das wollen wir jetzt in jedem Quartal für 2024 machen und dadurch auch wieder noch profitabler werden. Man hat jetzt nicht nur einmalig diese Netto-Profitabilität erreicht, sondern nein, man will das Ganze jetzt auch in den folgenden Quartalen weiterhin erreichen und dadurch dann auch einen schönen Gewinn zeigen können. Jetzt muss man dazu sagen, 7 bis 8 Cent, das ist auch mehr, also der Ausblick für dieses Jahr ist auch mehr, als die Analysten bisher in ihren Erwartungen für nächstes Jahr drinstehen haben. Ja, wenn wir mal hier zum Marketscreener rüberhüpfen, Gewinn pro Aktie für SoFi wird hier von den Analysten und das sind immerhin 18 Stück an der Zahl, wird hier mit 6 Cent pro Aktie herangeschlagen. Das heißt, SoFi gibt hier wieder einen Ausblick. Dieser Ausblick ist besser als von den Analysten und man muss eben dazu sagen, erfahrungsgemäß wissen wir ja, dass hier SoFi eher immer sehr konservativ rangeht. Das heißt, selbst wenn man, wenn das gleiche eintritt wie jetzt letztes Jahr, werden wir hier dann irgendwo über 10 Cent pro Aktie landen und dann sind die Analysten hier irgendwo bald bei 50% zu niedrig in den Earnings. Was bedeutet wieder, wenn wir das Ganze wieder ins nächste Jahr transferieren, genau das gleiche wie wir auch hier jetzt viele gesehen haben, die Erwartungen werden geschlagen. Wenn das so eintrifft, was SoFi sagt und es gibt im Moment meiner Ansicht nach einfach keinen Grund, dem nicht zu glauben, also zumindest aus meiner Aktionärs Sicht, ja, es gibt so ein paar Personen, die glauben den Ganzen nicht. Dazu kommen wir gleich, wenn es darum geht, wieso rauscht die SoFi Aktien danach immer wieder runter. Wir können hier aber auf jeden Fall sehen, das Management hat abgeliefert im letzten Jahr, das Management liefert einen Ausblick für dieses Jahr und der Ausblick für dieses Jahr ist sehr konservativ und dennoch besser als von den Analysten. Aber dabei bleibt es ja noch nicht, denn was jetzt SoFi nicht hätte machen müssen, ja, das haben sie jetzt hier gemacht, Ausblick für nächstes Jahr, aber was sie absolut hätten nicht machen müssen, was sie dennoch gemacht haben, ist es einen Ausblick zu geben für drei Jahre in die Zukunft, ja, das heißt, SoFi hat jetzt nicht nur für 2024 eine Guidance rausgegeben, sondern hat auch gesagt, hey, Leute, wir blicken mal so ein bisschen in die Zukunft und sagen, 2026 werden wir dann 55 bis 80 Cent, also Netto-Profitabilität, je Aktie zeigen sollen. Und auch das wieder sehr konservativ, weil sie sagen, ja, das beinhaltet aber nicht große Änderungen jetzt irgendwie von der wirtschaftlichen Lage, die gehen jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier den nächsten Mega-Boom-Cycle bekommen, ja, man geht auch nicht davon aus, dass wir hier, oder man berechnet auch hier in die eigene Berechnung von diesen 55 bis 80 Cent je Aktie, sagt man auch, ja, das beinhaltet auch nicht irgendwelche weiteren Wachstumsinitiativen, die wir in den nächsten drei Jahren starten können. Und wir wissen ganz genau, dass SoFi in den letzten Jahren immer wieder neue Wachstumsoffensiven gestartet hat, teilweise auch Übernahmen getroffen hat, um dann auch das Geschäft weiter wachsen zu lassen. Deswegen war ja auch diese sehr starke Umsatzwachstum und Ergebniswachstum möglich. Das heißt, auch hier geht man wieder ran und sagt, ja, tendenziell müsste man auch hier wieder sagen, ist es eher konservativ, ja, 55 bis 80 Cent, zumindest mit den Erfahrungen, was wir bisher mit SoFi geliefert haben. Und was bedeutet das jetzt, ja, was bedeuten diese 55 bis 80 Cent Gewinn pro Aktie im Jahr 2026 für die aktuelle Bewertung von SoFi? Und hier, Market Screener hat jetzt die Daten noch nicht drin, aber man kann sagen, das würde bedeuten, dass SoFi mit der heutigen Bewertung einen KGV hat von unter 10, ja, also ein KGV von 9, irgendwas und das mit konservativen Zahlen und das als Unternehmen, das nach 2026 weiterhin trotzdem noch mit 20 bis 25 Prozent darüber hinaus wachsen möchte. Das heißt, man sieht bis 2026 enorme Wachstumspotenziale in dem Unternehmen und selbst nach 2026 sagt man, auch da haben wir unser Wachstumsziel wahrscheinlich nicht erreicht, sondern werden weiter wachsen können. Und dieses Unternehmen ist heute mit einem KGV von unter 10 für 2026 bewertet und hat dadurch bedingt auch ein unterirdisch niedriges Pack Ratio, also wenn, wer sich auf das Pack Ratio zum Beispiel interessiert, ja, basierend nämlich nicht nur auf das KGV, sondern auch auf das zukünftige Wachstum, dann muss man einfach heute sagen und zu dem Schluss kommen, dass hier SoFi eigentlich hoffnungslos basierend auf diesen Zahlen unterbewertet ist und irgendwo ein Fair Value, selbst unter konservativsten Annahmen des Fair Value irgendwo mindestens, keine Ahnung, 70, 80, wahrscheinlich eher sogar 100 Prozent höher liegen müsste mit den Zahlen, die wir kennen, mit den Erwartungen und mit den Erfahrungen auch, dass wir in den letzten Quartalen und in den letzten Jahren gesammelt haben. SoFi gibt mir als Aktionär zumindest keinen Grund hier, jetzt irgendwie dem Management zu misstrauen, ja, und jetzt kommt dann mal eben der Punkt, wieso stürzt oder crasht die Aktie dann jedes Mal nach so mega starken Ergebnisszahlen, wenn so ein starker Run kommt, wird er sofort wieder abverkauft. Nun, es gibt einfach ein paar Personen und auch ein paar größere Hedgefonds, die shorten SoFi und die sind auch aus einem bestimmten Grund negativ SoFi gegenüber eingestellt, zunächst einmal gibt es so ein paar Permabären, wie zum Beispiel auch ihm hier, ihm folge ich auch auf Twitter. Wer sich mal ein anderes Bild, nicht nur alles bullisch sehen will, empfehle ich immer, ja, und ich folge immer Bären und Bullen, ich folge Shortsellern und ich folge auch Personen, die dann sich vor allem aber sehr gut mit der Materie auskennen, würde ich Ihnen hier empfehlen, ja, er liefert einfach immer ein ganz klares Bild und ist sehr, sehr offen, auch mit seinen Aussagen, wieso er SoFi shortet. Demgegenüber stehen zum Beispiel andere Personen, die SoFi, auch professionelle Anleger, die einfach seinen Bärkäse hier auseinander nehmen und das macht einfach mega Spaß und man lernt sehr viel, wenn man einfach diesen Personen folgt. Es hat aber trotzdem unterm Strich zur Folge, dass es einfach sehr viele Personen gibt, die einfach die Wirtschaft, ja, so ein bisschen bezweifeln, dass sie so stabil in den USA ist beziehungsweise ihr Portfolio auch so weit absichern, dass sie sagen, wenn die Wirtschaft komplett crasht, dann wird es Banken treffen, wie wir zum Beispiel auch hier gesehen haben, New York Community Bank Corporation, ja, stürzt, die Aktie stürzt von dieser Bank um fast 40% nach unten, nachdem es so ein bisschen wieder Angst um die Regionalbanken gibt und SoFi kommt da hier auch wieder so ein bisschen mit in diesen Strugel rein, wird eben vom Markt so als Bank gesehen. Es wird nicht als Fintech-Unternehmen gesehen und vor allem auch nicht als Bank, wachsende Bank mit einem tollen Fintech-Arm, sondern irgendwie, ja, wenn, dann ist es eine Bank und als Bank ist SoFi irgendwie überbewertet und hat viel zu viele Risiken drin in ihrem Kreditportfolio und wenn die Wirtschaft nach unten geht und die Arbeitslosigkeit steigt, dann, ja, dann wird SoFi hier große Verluste wieder schreiben. Das ist dieser große Bearcase, den man eigentlich sagen kann und dann nehmen sie einfach, verkaufen sie die Aktien short, shorten die Aktie eben, um ihr eigenes Portfolio abzusichern. Das heißt nicht, dass die jetzt hier SoFi so komplett hassen oder keine Ahnung, ist irgendwie eine Betrugswelle oder sonst was irgendwie sofort gibt, sondern die nehmen einfach SoFi als Hedging-Mobil, damit sie sagen, wenn die Wirtschaft runtergeht, dann sollte ihrer Ansicht nach die SoFi Aktie stärker fallen als der Gesamtmarkt und dadurch die Verluste, die sie an anderer Stelle in anderen Aktien haben, überkompensieren oder ausgleichen. So ein bisschen so ein Hedging-Möglichkeit. Man muss aber auch hier dazu sagen, dass eben das vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht ist, denn wie gesagt, das Management hat diese Zahlen hier abgeliefert, die mega stark waren mit sehr konservativen Annahmen. Und so ist es jetzt auch, dass man für 2024 die Prognosen getätigt hat auf Annahmen, dass die Arbeitslosigkeit in den USA auf über 5% ansteigt. Das heißt, man hat hier schon gewissermaßen in seinem eigenen Ausblick, der sehr konservativ ist, Verschlechterungen in der Wirtschaft in den USA mit eingebaut. Und dennoch kommt man dann auf ein Wachstum und auf eine Netto-Profitabilität. Das heißt, damit dieser Bear-Case eintritt, müsste man ja im Endeffekt noch viel schlechter sein, als die konservativen Annahmen von SoFi selber. Und zusätzlich muss man sagen, ja, es gibt jetzt halt einfach so ein paar Kritikpunkte, wo man sagen muss, SoFi muss jetzt, dieses Jahr ist so ein bisschen auch ein Umbruchsjahr für SoFi, denn man wird jetzt auch viel, viel stärker wegkommen müssen von dem letztjährigen Wachstumstreiber. Letztjähriger Wachstumstreiber waren vor allem die Kreditvergaben. Das hat man jetzt auch in den Planungen drin. Und dieses Jahr, wo ich auch als Aktionär viel, viel stärker drauf schauen werde, ist, wie stark entwickelt sich jetzt vor allem die Technologieplattform. Denn dort werden die großen Margen herkommen. Die großen Margen und die stärkere Bewertung und die Multiple Expansion, das heißt, ein Anstieg in der Bewertung, sollten wir vor allem sehen, wenn die Technologieplattform, also Galileo und Technos, es gemeinsam kombiniert, anfängt, noch stärker ins Wachstum zurückzufinden. Also wenn ihr hier mal die letzten Quartale anschaut, ja, dann hat man von Jahr zu Jahr schon durchaus ein Wachstum erzielt. Und jetzt ist es so, ja, jetzt kratzen wir erstmalig an den 100 Millionen US-Dollar pro Quartal. Da sollten wir hoffentlich im nächsten Quartal drüber kommen und danach von Quartal zu Quartal einfach höhere Umsätze aus diesem Bereich sehen. Denn hier in diesem Umsatz nach der Technologieplattform gibt es grundsätzlich weniger Risiken als jetzt da oben bei der Kreditvergabe, ja, und deutlich weniger regulatorische Vorschriften. Deswegen ist es für mich ganz wichtig, dass man hier vor allem in der Tech-Plattform 2024 schön ins Wachstum reinkommt. Das hat man hier auch in seiner Prognose durchaus gesagt, dass eben das große Wachstum dieses Jahr aus dem Tech-Bereich kommt, also aus der Tech-Plattform und vor allem vom Bereich Financial Services, das heißt hier wieder diverse Konten, Kreditkarten, investieren und so weiter. Auch das, diese beiden Sachen sind deutlich weniger, ich sag mal, Risiko behaftet. Und je stärker jetzt Sofa tatsächlich in die Umsetzung kommt, je mehr man stärker und stärker weggeht von der Vergabe von Krediten, desto mehr und mehr werden auch die Bear Cases, die man hier aufgebaut hat und desto schwieriger wird es auch für die Short-Seller einfach hier den nächsten Angriffspunkt zu liefern. Und ich muss sagen, ganz ehrlich, wenn ich mir einfach die Bewertung anschaue und das, was das Management eben abgeliefert hat die letzten Jahre, habe ich im Moment einfach keine Zweifel. Man muss vielleicht das Sofa wieder so eine typische Aktie, wo man sehr, sehr lange sehr viel Geduld haben muss und mitbringen muss und dann könnte es sein, dass es eben in sehr kurzer Zeit eine Neubewertung der Aktie gibt und meiner Ansicht nach steht der Fair Value der Aktie ohnehin deutlich höher, als wir ihn aktuell sehen. Ich werde diese Geduld weiterhin auf jeden Fall mit mir bringen und ich bin jetzt auch gespannt, ob doch du jetzt die Geduld weiterhin bei Sofa hast oder ob du jetzt schon längst den Geduldsfaden für die Sofa Aktie verloren hast, was du mit deinen Aktien auf jeden Fall anstellst. Und jetzt auch nicht vergessen, Kommentar unter dieses Video hinterlassen und 25 Euro plus Gratis-Aktie, damit ihr hier an diesem Gewinnspiel mit teilnehmen könnt. Vielen Dank dir fürs Zuschalten und bis zum nächsten Mal. Dein GD. Ciao.